Hallo und jetzt bei uns einen Let's Test Goat Simulator auf dem Amazon Fire TV. Ja, das Spiel kostet halt im Amazon Store 99 Cent. Kannst mit dem TV-Controller spielen. Ja, fangen wir doch mal an. Wir gehen in Goat City Bay. Mal gucken. Ich entschuldige mich für die nicht so gute Qualität. Also ich hab's kurz angezockt. Aber jetzt halt nicht so lange. Problem oder so? Komm mal mit. Ist das jetzt unser neuer Homie? Gut. Ich hab mir aber was gelassen. Wollt ihr nicht rum? Naja. Irgendwas mit dir. Nur erreicht. Ihr habt ja nicht. L? 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 So. Jetzt hier hoch. Oh, ein Hüpf-Vorg. Ein Hüpf-Vorg. Ein Mensch. Ein Hüpf-Vorg. L? 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 Oh nein, deine Achterbahn, deine Achterbahn, ja, Achterbahn, wie die Achterbahn, die alles kamen. Oh, Schein, ich will da rein, bitte. Oh, die nehmen wir uns gleich fort. Also, holy moly, ich will da rein, ich will da rein. Nein, nein, nicht so, nicht so, nicht so. Ja. Oh, nein. Oh nein! Oh nein! Geheilt weg den Zucker. Gott. World's like me. Nein, nein. Ja komm, wir rollen uns noch ein bisschen vorwärmen. Ich fühle mich auch, entschuldige. Es gibt keinen Ingame-Sound. Also ich habe gerade keinen Ingame-Sound. Aber Luftkopfstoße... Nein! Nein! Ähm... Das sind da nicht. Da hin, da hin, da hin. Und gehindert. Ja... Und wie man hört... Ich bin gerade alleine unterwegs. Ja. Es kommen doch irgendwie ein paar viele Folgen alleine. Obwohl wir... Auf diesem Kanal gar nicht so viele Folgen alleine machen wollten. Eigentlich. Naja. Und man muss ja... ein bisschen was bringen. Also... Hat auch jetzt nicht wieder... immer Zeit. Und ich bin gerade auch angeschlagen, also... Oh... Oh... Wann ich diese Kassier-Fagen da? Aber jetzt nichts. Dieser mächtig krasses oder so. Jetzt bin ich mehr nach unten. Ich kann nur auf dem auch mal deinen Scher-Fagen. Und ich kann mal in den Scher-Fagen. Ich habe nur noch einen Scher-Fagen. Oder ich bin gerade ein Scher-Fagen. Überraschung... Ein Scher-Fagen. Spreng Was war da? Oh, ich hab das Sorry Gut Naja I go to the weather Alles möglich Zum Beispiel Einiger zu sein Ich bin Da bin ich aber nochmal Und dann schauen wir uns die andere Gut Ah, das ist ein Goldfanatiker Das ist ja cool Was ist denn? Geh auf Kein Kommentar Was ist das denn? Wie 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 ist das denn? Ok, jetzt gehen wir mal in den anderen Schritt Hauptmenü, ja, Hauptmenü, Feil, Hauptmenü, Frau Ongel, Schriftstelle, Hauptmenü, Ja, geht doch! Und man hat den Blubb, Blubb, Blubb. Der Lungen, der Nadeskrieg ist so bescheuert. Hier. Hier auch. Und du, und du hast dein Haar hier runter. Na, was war noch zieler? Auf schluss Gold. Nein. Was ist hier noch schloss? Hier sind der Bobo. Ein paar brennen. Oh. Ziegen für den Ziegenthronen. Ihr seid so gut. Decken gut. Ich warte jetzt hier mal. Komm mit. Komm mit. Boah. Warte. Das müsst ihr euch mal geben. Warte. Jetzt. Ja. Das ist so wohl. Ui. Wow. Das ist nicht explodiert. Habt ihr euch nur eingebildet? Ja, das habt ihr euch nur eingebildet. Ja, ist so. Das ist so. Das ist so. Habt ihr euch nur eingebildet? Oh. Geil. Ui. Wie? Hm. Fail. Warte. Die Wolken erreicht. Oder kann ich sehen? Die Wolken. Dauer. Über den Wolken. Die Wolken. Boah. Das sind gut. Tönen. Yis. Ich gucke. Sehr gut. Ein Zug. Böro. Wir sind schon bei 12 Minuten, yes! Ich will einmal da runterrutschen. Lass mich da hoch! Lass mich da hoch! Hier, auf. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann... Ich bin wirklich da. Sie ist schon gut. Oh! Oh! Michael Bay Coal. Come on. Ja gut. Ja, wir haben ja noch eine Ziege freigeschaltet. Was ist die? Ähm, Ziegekönigin. Okay. Normalotüge. Oh, dear. Okay. Baba? Blah, 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 blah. Was ist so ein bisschen schattig, so? Was haben sie sich gedacht bei diesem Spiel? Wir warten. Nein! Nein! Komm! Der Kopf ist an seiner richtigen Position. Das taucht ihm vielleicht nicht, aber das stimmt. Nein! Mann! Das kann doch nicht so schwierig sein, hochzukommen! Zehn stünde Fäde! Sooo... Nein! Egal! Nicht in die Wackeln! Sieht ziemlich dösig aus. Soll ich mir nicht springe. Aber öffne das. Einmal möchte ich noch die Jetpack ausprobieren. Ui! Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Papa! 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 Wie das ist? Die lassen mich komisch. Okay. Da ist gerade die Aufnahme aufgeschmiert. Passen wir es kurz. Tschüss! Ofwenn aus. Cornigo im Büchmann mit einer Untertitelung. Tschüss! Das ist gesperrt!